Ja, du weißt, wir waren nur auf der Durchreise, sind aber von hier einfach nicht mehr losgekommen. Am Anfang denkst du, es ist eine Stadt wie jede andere auch, aber du entdeckst so schnell, dass du umgeben bist von intakter Natur, diesem südlichen, fast mediterranen Lebensgefühl und einer malerischen Innenstadt. Ja, wirklich. Es war diese einzigartige Kombination aus Altstadt, See und Bergkulisse, die uns bereits in den ersten Stunden richtig fasziniert hat. Wir hätten nie erwartet, an einem beschaulichen Ort wie diesem so viele Möglichkeiten vorzufinden. In der Natur den Tag begrüßen. Frühstück in der Altstadt gemiessen, die Märkte der Stadt erkunden, Vielfalt entdecken, Vielfalt schmecken, Kulturtanken, Geschichte erleben, mit dem Rad der Sonne entgegen, Work-Life-Balance neu definieren, sich in den Überblick verschaffen, immer wieder Neues entdecken. Und wann kommt ihr wieder zurück? Ich glaube, wir bleiben noch eine Weile. Ich freue mich noch, ich hoffe, Bis zum nächsten Mal.